Und hallo zurück meine lieben Freunde, ich bin's euer Odo. Wir werden jetzt versuchen über diese Broken World zu wachsen. Und das war easy. Um zuzuschauen was da drinnen los ist. Wir suchen gerade den Troll und Kobold König. Um sie fertig zu machen. You see the same Kobold Schaman you recently met at the forest path. It looks like he and his band managed to reach the Troll there. Okay. Kobold Flame Schaman. Ngarasuk, greetings. Kobold extends his hand and stares at one of the Trolls. Eatings. Mardagulp, Gnark, Karat. Bargan no speak like Boba yet. The second Troll says, stepping forward. Bargan no came a day before. He bends down and carefully touches the Kobolds hand. Shut was on. Was die können? Kobold can go, Troll world home. The Troll announces, letting the Kobolds enter. Ich glaube, wir hätten gegen die Kobolde kämpfen müssen, wenn wir vorne reingegangen wären. Oh, ein Seil und eine ganze Ration. Oh, einer von diesen Trollen Helmshards. Ich hoffe, wir finden alle. Der ist ein ziemlich cooler Helm. Ich habe verloren. Entschuldigung. Es ist nicht mein glücklicher Tag. Echt jetzt? Das hat sie umgebracht. Critical Hit 76. Bist du irre. Ok, Freunde. Das heisst wir laden mal ein. Nichts für ungut aber. Wir lassen uns dann nicht von irgendwelchen blöden Fallen umbringen. Dafür haben wir den absolut mächtigsten Zauber überhaupt. Ahja, super. Ok, wir laden nochmal. Ich jetzt? Vielleicht sollten wir öfter speichern. Ich mache das in so einer Probe. Ich jetzt? Ja. Haben wir erst mal so glücklich gewürfelt? Oder war ich jetzt zweimal vollkommen unglücklich? Beim Würfeln. Hm? Wir müssen 18 schaffen. Sie hat plus 12. Na gut. Das heisst wir waren dann bei den zwei anderen Malen extrem unglücklich. Vielleicht sollten wir Octavia mitnehmen. Sie können dies besser im Fallen entschärfen. Ja, ja, ja. Das kennen wir schon. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Im Hintergrund. Mein Sohn stirbt gerade. So, vielleicht sollten wir jetzt speichern. Was ist das? Eine Falle. Okay. So, Lindsay. Immerhin hast du keinen kritischen Treffer abgekriegt. Okay. 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 Ich habe es geschrieben, wie ich es gesehen habe. Okay, brauchen wir die hier. Und zwar deswegen, weil die sind im Kampf weniger gut als die 2er und 3er, weil sie weniger schaden. Was ist das? Ich habe mich nicht mehr so, was ich da? Was ist das? Ich habe mich nicht mehr so. Was sind das für welche? Wand of Bless. Hier ist die Piercing Scream, Wand of Vanish und Wand of Bless. Ich lasse nicht, dass wir mal hier aufbauen, die Scrolls. Oder die Wand, vielleicht nicht. Ich hätte es ihm sagen, so. Darf ich den Hellzauber zu dir? So viele Hellzauber haben wir gar nicht. Was ist das? Dann fliegt Leute rum. So, ok. Kannst du nicht auch zaubern? Ja, die Hellzauber könntest du... Vielleicht gar keine schlechte Idee. Okay, spechern wir mal ab. Stop. Die Min haben wir jetzt an einem Haufen Zeug umgestaltet, umgestellt. Wenn ich da alles verdiene, wenn ich jetzt gleich im nächsten Moment wieder sterbe. Stop. Genau damit. Okay, Trollhound und ein Trollhound. Du meine Liebe. Singst doch mal kurz. Und sprichst das da auf sie. Du mein Lieber. Was ist das? Was ist das? Was machst du das da mal? Wer weiß, wozu es gut ist. Du machst das bitte auf diesen Trollhound. Gut. Du gehst einfach vor. Du machst das. Und dann machst du das. Gut, sowas ist das. Gut. Haben wir den gesneaker-tagged? Oder sind wir gesneaker-tagged worden? Oh wow. Wir sind aber ziemlich brutal. Pupsi. Da sind ja noch zwei. Finde ich gut, dass wir die Truppen noch haben. Finde ich gut, dass du diese Axt gefunden hast im Übrigen. Amiri. Du hier. Zauberst jetzt mal ein Veil. Du warst, was zu tun ist. Ok. So, wir sind auch getroffen worden. So, dann. Gehen wir alle bitte zusammen. Miri sollte ihn vor allem auch angreifen. Machen wir mal alle da hin. Miri, du greifst ihn auch. Gut, passt. So, du machst jetzt mal das da. Hm, finde ich gut. Dann, Herrschaften. Schauen wir uns mal diese Typen da an. Wir skinnen da. Und wir sehen das Ding hier. Der Trollhunt hat ein magisches Amulett. Schau was an. Den Rest lassen wir doch einmal da. Ein Natural Armor Amulett plus zwei. Uh, fancy. Du willst ein Amulett haben. Was hast du jetzt für uns? Ein plus Einser. Du bist meine. Ich stehe vorne und lasse mich hauen, Typen. Was habe ich für ein Amulett? Der Nymphs Gift plus zwei auf Deutsch. Na dann, obwohl, dass das gibt es nicht mit dem Harem, weil, wenn man schaut, was Besseres ist, diese Rüstung. Ich schau an, dass es wirklich besser ist. Das ist eine plus Dreier-Hight-Armor-Pistol war. Und ich war gut, dass wir den gekillt haben mit dem Typen. So, wir sollten abspeichern, bevor wir da reingehen. Jetzt hörst du dir irgendwie ab, alles. Oh, die werfen Steine. Oh, fuck. Also, Schaden ist schon recht viel. Du. So, nein, doch nicht. Verhält. So, du, meine Liebe. Zingst du bitte. Wozu habe ich dich eigentlich mitgenommen? Also, dem... Ich gebe das doch auf C. Wir sind die totalen Monster. So, okay, wartet mal. Stopp, du hör mal auf zu singen. Hier, geht's mal bitte da hin. Amiri, du kill'n bitte. Durchtreffen. Okay, nicht speziell das, sonst wirst du das nochmal alles lieben. Wir kommen nachher noch vorbei. Gibt's da noch irgendwas, was wir aufheben könnten? Oh, das war's, was wir da auch schon? Das war's, was wir da auch schon? Da ist eine große Tür. Wir speichern wieder ab. Und rein in den Troll-Layer. Hallo? Ach gut. So, was lassen wir mal alles da? Wir kommen sicher noch mal rein in diese Karte. Hey, cool. Eine Troll-Statue. Äh, eine Zwergen-Statue. Naja, immerhin darf das mal eine Zwergen-Festung. Mhm. Ich bin mir sicher, dass hier auch ein Kampf stattfinden wird. Shielded Waffen Ruins zu Harem. Haben wir gemacht. Passt. Oh, der schaut auch gefährlich aus. Oh, der schaut auch gefährlich aus. Havgulka. Ah, das ist der König. A howling crowd of Trolls waits by the entrance of an ancient Dwarven fortress. McGraw pound the stone floor with their fists and clubs and spit curses at you. Each sound is magnified, hammering the walls like a drum. Despite this display, however, the Trolls do not attack, as if awaiting a command or permission. Continue. Ja, wir haben continue gedrückt. Also continue. The Troll stands at ease beside the base of a huge fractured Torex statue. He is not the biggest or scariest among the other Trolls, but there is an odd supremacy in his moves and in his eyes. Supremacy both over his skin and over you. The brand marks on his pelt is almost worn off. It passes weakly in unison with the heartbeat. Okay. Ah, guest. You're standing on the threshold of the castle of Havgulka. The Troll King. King Havgulka not invited you, Borba. Stare at you silently, hate in their eyes. No good comes out talking with monsters. We came for their heads, not their words. You guess yourself? Or you have a hell? No, not yourself. King Havgulka gave you here. Smile, Borba. So smile. Diese Zeichnung verstehe ich nicht ganz, wo ist da der Kopf, wo ist das, ist das da die Nase, ist das da das Grinsen oder das da das Grinsen, ich weiß nicht was. Ja, 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 das sagen sie alle. Intimidate 20, wer kann denn das? Die Linsie kann Intimidating als Beste, nicht gut, nicht schlecht. Okay, wir brauchen nur einen neuen oder besser, damit das geht. Ja, 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 ja. Diese können mit Aszen getötet werden, aber Menschen können mit Aszen, Feuer, Stich, Wut, Stein oder Sie, in der compared to Menschen. Oh, ein Moment. Das stimmt, aber wir haben so etwas, das nennt sich Resurrect. Oder Safe Game. Ok, ich glaube das hat unser Gespräch beendet. Geh, 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 geh! Hund, du hilfst. Valerie, du gehst da her. Harim, du sauberst... Was ist das? Searing Light. Uh, Searing Light, das ist gut für den Steintroll wahrscheinlich. Ich glaube das macht nämlich Dings, das macht nämlich... Was ist das? Ray of Sickness. Funktioniert das auf Trollen? Schauen wir mal. Du, fang an zu singen. Und dann macht das auf... Dich. Miri. Greif mal das an. Du greifst den an. Diese Sneak Attack sind ziemlich brutal. So, du. Dafür haben wir den Dings. Dafür haben wir den Dings. Okay. Das war einfach. Okay. Wir machen gleich. Das sind nur Steine. Mhm. Wir haben auch gleich. Passt. Na bitte. Gar nicht so schlimm. Ah, mit den Steinen hat er den Weg blockiert. Harim. Du bist ein schwach Torak. Weak und pathetisch. Wie könnte du, der Gott von alten Dwarven, der große Kreator, be knocked down by ein meager Troll? Ach, ja stimmt. Der Kondayo ist ja ein Torak-Anhänger. Schon allein deswegen werden sie sich gegenseitig anfangen. Die ganze Zeit. You've confused the God with the sculpture depicting him. Econ notes calmly. But Harim doesn't hear him. Or just doesn't care. Gods are not pathetic. Oh, okay. Those who grovel at their feet and beg for charity, then cry when they receive milk crumbs from the timetable on their other hand. Da hab ich ja den richtigen mitgenommen. Alle haben sie irgendwas zu sagen. Also, how can the dwarves put their trust in you, you traitor God? How can you protect your people, if you are incapable of defending even yourself? Ja? Als Warship was left this place, their faith doesn't empower Torak anymore. So he has no need to protect his fortress. Hm. Gute Antwort. Ah, it was just an old statue. What Torak has to do with it? The statue was ancient and easy to break. Don't try to see hidden signs where there aren't any. Aki macht man den educated Zeug. Harim opens his mouth to object, but apparently can't find any good arguments. Finally, he gives up on you. You're so blind, Mufasa. He says just to fill the silence and turns away. You're blind, how could the statue possibly be destroyed if Thorak was protecting this place? Blah, 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 the victory grows to spawn over Thorak. Ja, ja, das willst du. Throw a glance toward Ekun, expecting him to stand up for Thorak, but the ranger just shrugs instead. No sense in overpersuading, he says, looking at Harim. Okay. You have turns away from the statue and stalks behind you, staring at the floor. Okay. Hier geht's nicht weiter. Man kann mit ihm auch erst später kommen, wenn die ganzen Tolle tot sind. Vielleicht wäre das besser gewesen. Links oder rechts? Vielleicht sollten wir abspeichern. Ich habe keine Ahnung, wie ich heute schon bis zu dem Hargulka komme. Aber zumindest den anderen Troll will ich erledigen. Hallo? So. Hey, eine Ratte. Trollhound, Trollhound. Trollhound. Du. Greif doch bitte den Trollhound an. Dann gehst du nämlich in die Mitte und wirst von allen angegriffen. Trollhound. Trollhound. Ach. Oh. Komm hierher, komm schon. Komm, gib Gas ein bisschen. Hallo, Amiri, ich könnte es durchtreffen. Okay, gut. Ja, das war ein paar Fehler. Lächerlich. Hier sonst irgendwas. Oh, eine Tür. Ja, ich sehe es. Was ist das? Potion of Heroism. Oh, das ist nett. Hier kann man gleich jemanden. Mir zum Beispiel. Hier ist ein gutes Potion. Eine gute Potion. Bevor wir da reingehen, werden wir aber Schluss machen für heute, meine Damen, meine Herren. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaf gesund und dort was Schönes und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.